Seit über 50 Jahren perfektionieren und verbessern wir unsere Werkzeugmaschinen. Heute vollenden mehr als 500 Mitarbeiter in der Spinner-Gruppe jährlich über 1000 Werkzeugmaschinen. Um Ihren Bedarf zu decken, bieten wir eine breite Modellpalette an Drehmaschinen und Bearbeitungszentren an. Zehntausende Kunden weltweit vertrauen unseren CNC-Werkzeugmaschinen. Made in Germany. Immer wenn ein besonderer Anspruch an Präzision und Zuverlässigkeit gefordert ist, kommen unsere Werkzeugmaschinen zum Einsatz. Innovation und praxisnahe Lösungen im Detail werden durch unsere umfangreiche Konstruktionsabteilung gewährleistet. Alle wichtigen Komponenten und Baugruppen fertigen wir in unseren Produktionswerken selbst. Um ihnen optimal aufeinander abgestimmte Maschinenbetten, Führungen, Spindeln und Schaltrevolver liefern zu können. Unsere Werkzeugmaschinen sind ausgereifte Serienprodukte auf hohem Niveau. Hohe Präzisionsstandards in allen Bereichen der Fertigung und Montage sichern die optimale gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Jede Maschine durchläuft eine strenge Endkontrolle aller Parameter. Wir liefern auch schlüsselfertige Projekte mit Automation für ihre Großserienfertigung. Damit der Einsatz unserer Werkzeugmaschinen zum Erfolg wird, bieten wir Schulungsseminare zur Bedienung, Programmierung und Wartung rund um unsere Anlagen an. Unsere Service-Hotline befasst sich jederzeit kurzfristig mit technischen Fragen rund um die Programmierung und Reparatur ihrer Spinner-Werkzeugmaschine. Spinnermaschinen werden in über 60 Ländern rund um die Welt erfolgreich eingesetzt. Vertrauen auch Sie auf unsere Produkte und stellen Sie uns Ihre Aufgabe. Verwärmlich. Untertitelung des ZDF, 2020